Ein gut gewähltes Plätzchen. Ihr möchtet das Tor angreifen, richtig? Genau. Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig. Das ist verständlich. Toss hat sich also dort verschanzt, auch richtig? Ja genau, Meister Conrad. Ich hörte, habt ihr noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen? Ach, nicht wirklich. Mit dem bin ich fertig. Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen zog Sigismund Tossrat meinem vor. Und wir wissen alle, wie das endete. Ach Herr, wie endet es denn? Schlecht, mein Herr. Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende. Sigismund floh um sein Leben. Und ja, zugegeben, ich ebenso. Ich kann dir versichern, wir werden hier nicht denselben Fehler machen. Wir haben nicht vor, sie auszuhungern, damit sie aufgeben. Wir wollen das Tor niederreißen. Ich stehe euch zu Diensten, meine Herren. Wir bauen so schnell wir können. Der Triebock sollte schon in ein paar Tagen fertig sein. And I can supply for an example Rokettas to sweep the foe from the battlements. Rokettas? Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Rokettas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite, um sie zu entzünden. Sie fliegen auf den Feind zu, wie in etwa bei einer normalen Kanone, nur ohne die Steine. Absolut effektiv, meine Herren. Ich verstehe. Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanone. In der Tat. Das hätte mir klar sein sollen. Aber ich bin ein großer Freund der Rokettas und male mir oft aus, was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können. Ich hoffe noch immer, dass Tos zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt. Ich denke, das wird er. Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Triebock vor seiner Nase sieht. Spätestens.